Leif Matpirscher, am Rückblick auf das Dio kann ich so, dass es für viele starke Emotionen geprägt war. Du war Trauer, mir auch Fried, Erinnerung an Hoffnung. Alle Gefühle sind ganz persönlich. Sie denen aber auch Menschen zusammenstehen und zusammen wissen. Wir hundert als Land schon Dachs eine Beweisgestalt. Wir können uns zusammen freuen, aber auch zusammen trauen. So wird am Februar das ganze Land mit der Familie von den zwei Soldaten vom Service der Deminage getraut, die am Munitionsdepot im Waldhafen entliegen kommen. Wie eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg explodiert hat. Am Jahr, wo mir eigentlich urscht das ganze Land den 45. Anniversär von der Liberation für Lützeburg feiern sollten, wurden tiefe Rechte vom Krieg nach einem schrecklichen Tribut gefördert. Trauer, die das ganze Land weit über die Grenzen heraus mit mir und meiner Familie gedeelt wird, wie mir den 23. April, wo müssen die Grand-Uk-Jean gut lossehen, mit dem mir ein guten, ein besuchter Pap verlochen. Was bleibt aus der Rundrung und der großartigen, an der volljährten Staatschef? Der Schock, aber auch eine große Solidarität, gehört von der ganzen Population, wie matten an der Sommerverkanz ein Tornado über den Süden vom Land gezogen hat, ein großes Schwert und gerichtet wird. Haupt, ob diesem Tag, vielen Grand-Uk-Jean nicht als besonders verbunden mit all den Leuten, die das ja nicht auf der Sonne seid von mir verstogen. Ein Großfried war es für mich, den enormen Succes zu sehen vom Forum Stand, Speak, Rise Up, den auf die Initiative von der Grand-Uk-Jean am März aufgehauen ging. Das war nicht so, dass es nicht so, dass es eine grausame Realität gewesen ist, sondern auch die Leute, die sie lieben, gefeiert haben. Tausende Menschen, die sich mobilisierten, für die Vergangenheit abzuschaffen, an etwas Positives zu bewirken – ja, die Welt ein bisschen zu verbessern. Und da war es nicht so, dass die Katholische Kirche hier zu Lützebüch ein großes Eier aufrecht, wie den Erzbischof Jean-Claude Hollrisch zu Röhm an der Kardinalstand auf Hörweghof. Wir alle Guten waren auch ganz glücklich, wie mit Nouvelle Gründen, dass den Prinz Guillaume an Prisatzin Stefanie am nächsten Jahr noch was kreien. Das Jahr stung aber auch am 10. von der Erinnerung. Kommemorationsfeiern urchtet ganz Land für den 15. Anniversär von der Liberation, Hunde ist drinnen erinnert, wie dankbar wir musse sind vis-à-vis von den Menschen, die sich für eine Freiheit aneiswerter angesagt haben. Allzu dachten, wie sie den Ersatz müssten mit ihrem Leben bezweilen. Was das bleibt, ist Freiheit, der Röhnung an der Hoffnung, das kriegt nie mehr als Lesung erfreut. Leif Matpirscher, wir stellen immerum fest, wie sie ja eis Welt an eis Umfeld sich verändert. Nimmend Fähigkeit eis unzupassen, sie wird als Einzelnen oder auch als Kollektivität los in eis do Matthalle. Haut, ob diesen Ovend will ich aber auf etwas agehen, was an Mengen an gerade so wichtig für den Menschen ist, und zwar seine Repäer und seine Wurzeln. Modernität sollt nicht voraussetzen, da den seine Wurzeln opgett und seine Identität aus den A verlehrt. Pferde, ob die eis Zusammenleben abgebaut ist, sollten nöt so stark relativiert gehen, da den sie nöt mehr kennt. Der Mensch muss sein Leben ob Solid-Fundamente können abbauen, an Repäernung. Den institutionellen und demokratischen Kader, an dem wir Centurio-Zenten evoluieren, verschafft eis en groß politische Stabilität. Dese Kader assort grundlag von der freier Meinungsäußerung an der Rechte an Freiheiten, die alle Matpirscher garantiert sind. Sie sind aber kein Selbstverständlichkeit, mehr ein wertvoller Nacki, für den man sich um eine Nähe ersetzen soll. Da der weiß, wie wir hier am Land mit den Nähen umgehen, an der Gesellschaft, an der Familie oder am Freundeskreis, ist gerade so ein wichtiges Repäer, für das den Einzelnen sein Platz findet. Der Kader von der Familie spielt eine unersetzliche Rolle, auch weil leider eine schützliche Chance wird, nach einer Familie zu sein. Wir wollen hier zu Lötzeburg das Wort Solidarität ganz groß schreiben. Das gelingt als Tags, aber nicht immer. Da sind wir also weiterhin gefordert. Wir können aber hoffrisch sein, dass bei wichtigen Momenten die Gefühlerfunde zusammenstehen und eine Beweisgestalt geht. Allein wird das ganze Jahr sein Limiten erreicht. Politisch oder moralisch auszichten, philosophisch oder religiös Gedanken drohen auch dazu bei, da denen sich nicht nehmen, als Individuen gesagt, mehr als ein Teil von einem Ganzen. So verschieden Meinungen an einer pluralistischen Gesellschaft sind, so hohe sie aber meistens den selbsten Ausgangspunkt, da den etwas in der Welt ändern kann, da der Fortschritt menschlich ist für eine bessere Zukunft. Das ist dafür wichtig, ideale Affärbühle zu hohen oder ob man auf Festwahlern zu leben. Sie wird schon nennen durch Respekt, Matgefühl an Toleranz für seine Matmenschen. Mehr auch Kultur, Spruch, Tradition, sie wichtig repären an ein Teil vom Zement, auf dem ein Zusammenleben abgebaut ist. Leifleit Alugur, größter als für die Mensch von Eis auch ein wichtiges Moment am Jahr, und das ist eine Gescheintradition, die mir mit Gefühler wie Fried leift an Erinnerungen verbannen. Wir können zufrieden und dankbar sein für die Menschen, die mit Eis umwehen sind, als Begleiten oder für Eisdosen. Leifleit Alugur, größter als für Heinz du schwierige Herausforderungen. Wichtig also dann, nicht abzugehen und zu verzweifeln, mehr immer nächstes abzustohen und auf Führung zu gehen. Leif Matpirscher, Matta Granduchess, dem Prinz Guillaume, der Prinzessin Stefanie an alle Eisekanne, wünschen euch ihr von ganzem Herzen schickrichtig, an alle Eisekanne, alles Gutes für glückliches Neidjoch. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020